Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, eine neue Runde Let's Play Landwirtschaftsmoderator 2017 startet und zwar die erste neue Aufnahme Session nach meinem kleinen aber feinen Urlaub. Habe ja im Stream schon erzählt, ein Video dazu kommt irgendwie im Laufe der nächsten Tage, bin ich noch nicht wirklich dazu gekommen damit weiterzumachen, also noch ein bisschen Geduld bitte, das dauert noch ein bisschen, aber dann könnt ihr auch sehen, was ich so in den letzten 11 Tagen gesehen habe, spannend, da braucht der ein oder andere daran interessiert sein. Ja, womit starten wir heute? Ich hatte ja eine Menge Kommentare logischerweise in den letzten 11 Tagen gekriegt, konnte da nicht so direkt drauf eingehen, da ich für 11 Tage Landwirtschaftsmoder oder sogar 13 Tage vorproduziert hatte. Relativ häufig gewünscht wurde ja nochmal, dass ich nochmal kurz zeige, was ich für Mods eigentlich alle drin habe, deswegen seht ihr es jetzt einmal hier kurz. Das Universal Prozess Kit ist nicht aktiviert, den Mercedes-Benz Actros MP4, 3 Achser, der LKW ist aktiviert, Ballengabel mit Attacher, das ist diese, die diese Ballen automatisch sozusagen festhalten kann. Der Class Carross, der Class Lexion Paket Version 01, also Class Lexion Paket, da haben wir mehrere drin. Das ist dieses Brett CT850 FPT Modding, ist dieser große Tieflader, wo ich glaube 60 Ballen oder so drauf passen. Das Farming Tablet haben wir mit drin, FT, also hier Apps fürs Farming Tablet, relativ wenig genutzt. Aber wir haben es zumindest drin. Den MB Truck, der ist so nicht verfügbar, nicht öffentlich, GoWile, LT Master, Ballenpresse, die hängt ja irgendwo bei uns in der Halle. John Deere, 690er EPEC, Aggerschacht für kostenlosen Wasser, AI Vehicle Extension, AI Vehicle Extension Mod, ganz praktisches Teil für Kreisfahrten und so weiter. Bauernregeln, Umweltministerium, das sind irgendwelche platzierbaren Schilder, die auch Einnahmen dann wohl bringen können. Gehen wir mal wieder runter. Bergmann GTX 430, Big M von Krone, Gäxelte Stroh für Ernte Maschinen, Chopped Straw, das ist natürlich die Karte ist ready und so, braucht man dann auch mit drin. Big M von Krone eben, Class Axion 800, Class Axion 900, Class Lexion 700 Stage 4, Version 1, 4, 2, 0 und ganz neu mit drin, Lexion 700 Stage, Version 1, 6, 5. Deswegen glaube ich, wird auch angezeigt, dass Grassamen auf der Karte verfügbar sind, da glaube ich mit dem Mod automatisch Grassamen auch mit dem Spiel sind. Gäxelte Stroh, Direkten Saat Add On, der Follow Me Mod, die Drohne, Fan Tausender, den werden wir auch bald mal kaufen, dann müssen wir ein bisschen Fan aufrüsten. Tieflader URL, der Standardlader, den benutzen für die Paletten, Fliegel Palettenbefüller, der ist auch privat, den gibt es so nicht. Fliegel Palettenbefüllanlage, auch die habe ich auch schon ewig nicht genutzt. For Real Module, Fruchtverstörung, hatten wir vor einiger Zeit mal rausgenommen und der hat auch so wichtige Game Extension Mod für alle, die Paletten tragen wollen, die Ballen tragen wollen. Ihr braucht Game Extension Mod, mit dem funktioniert es. So, dann haben wir noch eine Reihe Förderbänder, die ich eigentlich auch nicht mehr nutze. Hier Grimme SL, Quantum, Grimme TC, Kartoffelroder glaube ich, der R12 Roder oder der Holmer Potato Ready, damit der Holmer sozusagen beides gleichzeitig kann. Hier haben wir ein Terrados, John Deere, 8000er Paket, Feed Trailer, das ist ein ziemlich kleiner, den nutzen wir eigentlich gar nicht. Die Köblinge Allrounder, zwei Stück, die können wir wieder rausschmeißen, ich glaube die taugten nichts. Kottel Universal Pack, kennen wir von Anfang an dabei, der Krone Big X Cargo, auch ein schöner Mod, aber noch nicht genutzt, ist auch zu teuer eigentlich, wenn man im Single Let's Play ihn zu kaufen. Ein Multiplayer haben wir eben drin. Das ist die Krone Big X, 1100er Paket, klar, Krone, Häcksler, kennen wir, haben wir auch schon im Einsatz gehabt. Die Krone Ultima, genauso die Ballenpresse, ganz schön, hatten wir eben den Fehler rausgesworfen, deswegen habe ich sie erstmal rausgeworfen, so rum. Krone ZX hier, der große Sammler, nochmal zwei Förderbänder vorne, Lizard, die Walze, der schöne Viehwagen, der Castor Food Pack. Um halt auch Tiere, die Schweine oder Kühe, Schafe beim Schlachter wieder abladen zu können, braucht ihr den aus dem Castor Food Package. So, hier haben wir noch einen Maurer MFG Header Trailer, das ist auf jeden Fall für Schneidwerke, die Josskin Vagopack Autoload, die nutze ich relativ wenig. Platzierbare Waschanlage haben wir, Multiplayer, neue Trailer, die wir noch nicht so lange mit drin hatten, aber was kleineres waren, Randazur Trailer, direkt Jumbo, auch so eine Silowalze, Repair Vehicle Mod. Custom Road Train Pack, kurzer Flachbett Anhänger mit Überlage, wieder Auflade, Script. So, das ist noch die erste Hälfte, weiter geht's. Strauntman Terror, den habe ich rausgenommen, ich glaube, der war nicht mehr so toll. Irgendwie hatte der zu viel Kapazität oder nee, der hatte, glaube ich, zu viel Ertrag. Trailer Assists, ja, den nutze ich irgendwie auch nicht, das ist dieses Rückwärts Einparken mit Trailern, mit Deichsel, das einem angezeigt wird, wie man rückwärts einparken soll. URL Trailer Fliegel, nochmal, ne, für die Standarddinger, die wir nutzen. Unimog, auch noch gar nicht genutzt, aber hier mit drin, Klasse Axerion. Auch natürlich, aber noch in der ersten Version. Ich muss mal bald mal rangehen und sagen, okay, es wird mal geupdatet im großen Stil. Alles alte mal rausschmeißen und neues mal reinpacken. Dann sehen wir neue Funktionen bei einigen Mods. So, hier haben wir noch so einen Radlader, der mit höherer Verdichtung, glaube ich, ist das. Deutz-Fahr 9er Serie, Fan-Pack, FSM Edition, Fortuna-Pack, Holmer-Pack, FSM-Tools-Pack, FSM ist also groß vertreten hier. Klasse Jaguar 900er Pack, Porsche Tiger 26 LT, weiß ich gerade gar nicht so genau. Pronto 15 Meter Sämaschine, Krone Emsland und die Vega AP für ein Singleplay, auch da gibt es, glaube ich, für Multiplay schon was Schöneres. Kleinballenpressen. Inspekt Mod habe ich in meinem Spiel rausgenommen, ich eh zu selten nutze. John Deere 7er Serie, John Deere 8er Serie, Krampel, SB3060 Mod, Standardanhänger, das ist der mit der Anhängerkupplung hinten, dass man noch einen zweiten davon ranhängen kann. Eine kleine Krone Bigpack Ballenpresse, der Krone ist Wattro 20 Meter, glaube ich, ist das hier, der Schwader. Lely Juno, unsere gute Reinigungskraft für die Tierställe, Schweine und Kühe, Schafe, dort arbeitet Lely bei uns relativ gut und hält das Ganze immer sauber. Verschwindet natürlich dadurch, aber ist es sauber. Dann haben wir hier noch einen Beinaufflieger, den ich eigentlich auch so selten bis gar nicht mehr nutze, eigentlich auch mal rausschmeißen könnte. Eine Fräse nutze ich auch nicht, weil irgendwie hat die bei mir mehrmals das Spiel zum Multiplay, glaube ich war es, aber zum Abschmieren gebracht, sodass ich sie rausgeworfen habe. Aber ich habe es immer noch im Mod-Ordner drin. Naja, Map Autosave, der Multi-Overlay-Hot hat, Convert, Mod, noch Beta, meine Map, Nordfriesische Marsch logischerweise. MAN, Helmer, Pack, NLD, Ford Service, Vario, das sind die beiden neuen Transporter, die wir bald fürs Geld transportieren eben brauchen. Der Schmitz Cargobull, Old Utility Tanker, der müsste auch nochmal bearbeitet werden, ist ein schöner Milch, weil er eigentlich ein bisschen mehr Kapazität und wenn er Milch laden könnte, wäre es genial. Er kann jetzt aber irgendwie nur Wasser oder Gülle laden. Flugfunktion, also es ist ein grober mit Flugfunktion, Fliegel Tim Murrunder Autoload, unser altbekannter, schon ewig im Einsatz befindlicher Holz-Trailer. Den Silospace, den haben wir auch fast gar nicht mehr aktiv, die Universal Leichtgutschaufel, 220, ist die große Schaufel für den Volvo. Also der Volvo Radlader, hier haben wir noch den Commodity Price Mod, der angepasst ist hier für die Map, der Cosplay Mod, den wir natürlich im Single Play immer brauchen, Multiplay leider nicht fähig ist. Drive Control habe ich in meinem Single Spiel natürlich raus und den GPS Mod habe ich drin, aber ich nutze ihn auch zu wenig. So und dann starten wir mal das Spiel, das dauert natürlich bekanntermaßen eine klitze, klitze Kleinigkeit. Ihr seht es auch noch, es ist immer noch Nordfriesische Marsch Mod Map Version 2.9. Da ich jetzt ja, wie gesagt, knapp zwei Wochen lang im Urlaub war, ist nichts passiert. Ich habe natürlich eure Kommentare fleißig gesammelt zu dem Thema, was noch geändert werden sollte, was geändert werden muss oder wo Fehler aufgetaucht sind. Das habe ich mir mal alles notiert, aber es sind bestimmt 10, 15 Punkte, die ich jetzt im Laufe der nächsten 1, 2 Wochen, denke ich mal, langsam mal abarbeiten werde oder anfangen werde. Mit Version 3.0, ja zumindest schon mal auf die Bahn zu bringen sozusagen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange es dauert, aber das wird noch einiges an Zeit dauern, weil ich auch parallel immer mal ein bisschen da mache und dann mache ich auch mal ein bisschen die Vierfachkarte Stück für Stück. Mal gucken, irgendwann wird es das denn geben. So, da sind wir auch schon im Spiel. Wir starten mal. Och, wir sind ja gerade, ich bin natürlich jetzt so ein bisschen raus. Zwei Wochen lang den Spielstand hier nicht gespielt. Wir hatten dann einmal gerade letztens Multiplay gespielt. Auch da muss ich sagen, es war erstmal wieder so ein bisschen, nach fast zwei Wochen nicht zocken. Fast wieder wie neu alles. Also hier haben wir gerade richtig schöne blühende Rapsfelder. Da wird es sich ja fast lohnen, die Drohne nochmal anzuschmeißen und einmal rüber zu fliegen. Weil ich weiß jetzt auch gerade nicht, alles angeseht hatten wir, meine ich. Wir hatten ein bisschen Holz gemacht. Viele von euren Vorschlägen gingen auch nochmal dazu, macht doch mal den Wald ordentlich weg. Also sprich die Birken oder so, die nicht vollernterfähigen Bäume wie die hier, sozusagen per Hand wegzusägen, kleinzuschneiden und abzutransportieren, ist natürlich auch eine Maßnahme. Aber ich werde den Wald eh nicht komplett, ich sag mal, baumfrei bekommen, weil bis dahin bestimmt die MAP-Version schon wieder zurückgesetzt wird. Und somit die Bäume alle automatisch wieder da sind. Den haben wir doch noch drinnen hier, wa? Den komischen Tiefe, hab ich gerade gehört. Okay. Ja, so ein paar Sachen haben wir noch, die wir noch verkaufen könnten. Ansonsten haben wir hier eigenermaßen Ordnung im Hof. Sieht ganz gut aus. Ich klicke mal ein bisschen durch. Ich merke auch gerade natürlich, wir haben vom Multiplay, vom Stream noch den Gamesound auf zu leise. Ja, eigentlich müsste man mal wieder überall rumgucken. Also hier ist Kompost, da hat man nämlich Kompost aufgefüllt, Obst wird produziert hier. Schon ganz gut. Wenn man mal so reinguckt in die Produktionshallen, sieht man eigentlich auch, hier ist von allen genug da, Wasser und so weiter. Wir hatten beim letzten Mal noch, oder vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr genau, die Pelletsfabrik. Hier mal zum Thema Holzverarbeitung, gucken was hier so los ist. Ja, hier sehen wir nämlich einen komplett vollen Sammler. Und auch da weiß ich jetzt natürlich, mittlerweile habe ich es begriffen, was ihr meintet mit Fehlermeldung. Die sechste Ziffer vom Bunker scheinbar ist nicht zu sehen. Also, ich weiß jetzt nicht, von dem hier. Oder von dem. Ist hier denn überhaupt noch Holz gewesen? Ja, da hinten liegt noch Holz, das sehen wir, da ist mehr als genug. Brennstoffe sind noch da, Holzstämme sind da, Hackschnitzel, Brennerpaletten. Brennerpaletten ist voll. Na, habe ich jetzt gerade eine rausgenommen, hier ist alles Holz mittlerweile weg. Da drüben hatten wir noch ein bisschen Holz liegen lassen, war das so ein bisschen... Na ja, den hatten wir auch schon zurückgefahren. Ja, die müssten dann theoretisch alle rüber zur Leerpalettenfabrik, da steht aber schon eben ein Trailer voll. Wofür hatten wir den denn noch beladen, wo wollten wir mit Leerpaletten hin? Hier sind auch noch mehr als genug, die Fabrik arbeitet auch schon. Das kann man nicht vorwollt, wo denn hin mit den Leerpaletten? Irgendeine Fabrik. Vielleicht zur Molkerei. Die passen auch noch darauf. So, alles verladen, alles was hier ist und es genau voll passt. Ich müsste jetzt eigentlich hoffentlich gleich wieder ansprennen, die Position, stattdessen. Hier, es dauert natürlich immer ein bisschen. Hier, die Pelletsfabrik arbeitet auch noch. Oder? Ja, Monitor leuchtet zumindest, das sieht gut aus. Auch da, ne, hat man gesagt, Verbrauch wird in Zukunft ein bisschen höher reguliert werden, damit man nicht auf ein bisschen was los wird. Von der Geschwindigkeit her bleibt sie dann so. Ja, und dann haben wir noch so ein paar andere Fehler entdeckt. Was war hier los? Gemüse. Wasser ist da. Ich glaube, wir brauchten hier überall so ein bisschen Kompost. Ist zumindest nicht mehr viel da. Hier 17.000 und 15.000. Waren wir denn da auch vielleicht stehen geblieben letztes Mal beim Komposter? Da haben wir nämlich den Rest Strohbein reingetan. Stimmt. Ich erinnere mich. Und sehe, wir haben hier 48.000 Kompost. Auch da natürlich nochmal danke für eure Tipps und Infos. Man kann ja zum Beispiel auch Mist oder sowas Kompost verarbeiten. Man muss ja Mist ja nicht zwingend nur zu Dünger verarbeiten. Man kann auch den Mist nutzen. Da muss man nur irgendwie umladen. Mit einem kleinen Förderband zum Beispiel, was wir hier hinstellen. Wir fördern wir nochmal nicht. Haben wir zum größten Teil hier gar nicht. Man kann aber auch natürlich den Radlader annehmen. Mit der großen Schaufel. 30.000er Schaufel hat man auch schnell die Trailer befüllt. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel es denn hier ist. Hier wird es leider nicht angezeigt. Die Gülle sind 340.000. Gucken wir mal kurz ins Tiermenü. Die Kühe bürgten bald, wie der Kraft wurde, aber ist noch Luft nach oben. Misthaufen sind 158.000. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wo wir hin mit den Leerpaletten. Jetzt mal Molkerei. Hört sich nach Produktion an. Da hat man glaube ich beim letzten Mal gerade Milch hingebracht. Wahnsinn. Ist fast alles voll. Was sagt denn der Produktionsmonitor? Milch. Wasser. Leerpalette. Papierpalette. Nö, hier ist alles im grünen Bereich. Brauchen wir nichts machen. Das macht die Kartoffelfabrik. Mal Zuckerrüben. Wollte ich gerade sagen, das ist ja gar nicht unser Feld. Feld 18. Das ist auch nicht unser Feld. Aber da sind Kartoffeln drauf oder wie? Die wachsen auch. Was kostet das Feld? 1,5 Euro. Sollen wir das kaufen? Ist noch nicht erdereif, oder? Ich glaube, wir kaufen Feld 18 mit Kartoffeln. Weil Kartoffeln direkt neben der Kartoffelfabrik. Dann haben wir das Feld schon mal. Hier wird nicht produziert, weil uns Speiseölpaletten fehlen. 15.000. Und auch hier sind nicht ganz so viele Leerpaletten. Hier oben steht er. Achso. Voll mit Papier. Papier zum Verkaufen. Und Karton mit irgendwas anderem. Alles muss anschalten, ausschalten. Ich weiß gar nicht, Papier wollten wir vermutlich verkaufen. Ich schalte auch zu arbeiten hier. Und Karton. Das ist vorne auch eine Papier mit drauf. Das ist ein bisschen blöd. Und sonst ist das eine Ladung, die wir jetzt so wegbringen, oder? Sprich, wenn wir eh dran vorbeifahren, dass wir das einmal mit Papier zur Molkerei bringen. Das muss ich mir später nochmal angucken, oder kommen wir jetzt heute eh nicht mehr zu? Hier ist auf jeden Fall Milch aufgefüllt. Der Treller ist wahrscheinlich leer, könnte zurückfahren und Milch wiederholen. Wir sehen, na doch, Papier brauchen wir hier relativ dringend bei der Molkerei. Aber wir werden da nicht alles los, aber wir werden da ein Teil los. Den Rest nachher werden wir verkaufen. Eine kleine Rundtour machen. Und wir fahren noch an der Kartoffelfabrik vorbei. Und in der Kartoffelfabrik werden wir dann eben hier die Pappe ein bisschen auffüllen. Dann ist das relativ cool. Und dann müssen wir uns da bald mal drum kümmern. Ich weiß gar nicht genau. Das soll aber sowieso für die nächste Map-Person, wollte ich das ja eigentlich jetzt auseinandernehmen. Sprich, dass man einen Produktionszweig hat für Speiseöl und einen Produktionszweig für Diesel. Ihr könnt ja sonst nochmal in die Kommentare posten, wer ist dafür, dass das wieder getrennt wird. Und wer ist dafür und sagt, nö, das kann auch so bleiben. Das ist gar nicht so schlecht, dass man, wenn man Grabshirn bringt, gleich beide Produkte kriegt. Oder nicht nur ein Produkt. Also könnt ihr mal in die Kommentare posten, wenn ihr Bock habt. Mal gucken, was die Mehrheit sagt. Da werde ich dann drauf eingehen. Es gibt ja immer, wie gesagt, einige, die das nicht wollen. Es gibt auch einige, die sagen, das ist bestimmt gut so. Würde mich mal interessieren, wenn nachher 20 sagen, nein, bitte ändert das wieder. Denn klar müsste ich das ja wieder auseinander. Versuche hier zwei Produktionszweige eben draus zu machen. Das heißt aber auch, wenn man dann Raps anliefert, kriegt man zum Beispiel nur Diesel. Oder man kriegt nur Speiseölpalette. Man kriegt nicht beides auf einmal. Man verbraucht dann also vermutlich ein bisschen mehr Raps für die gleiche Menge an. Produktionskrams. Man hat aber dann natürlich auch den Vorteil, es gibt noch einen zweiten Kompost-Ausschüttung hier sozusagen. Würde vorne neben die andere Kompost-Ausschüttung kommen. Also es hat Vor- und Nachteile, das Ganze. Bin mal gespannt, was die Mehrzahl sagt. Und dann soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Ich bin nämlich ein bisschen knapp dran. Muss die Folge jetzt schnell schneiden. Sozusagen. Und dann auch direkt hochladen. Damit ihr sie gleich um drei sehen könnt. Bei mir ist es nämlich gerade halb drei. Also bis dahin, schönen Montag euch noch. Bis morgen. Und tschüss. Bis morgen. Bis morgen.